Wir befinden uns hier momentan in einem Besprechungszentrum, das zum Vorstand angesiedelt ist. Mein Name ist Stefan Eckstein, ich bin der Leiter vom Gebäudemanagement hier bei der Badenova in Freiburg. Wir sind ein Unternehmen für Energie- und Umweltdienstleistungen. Hier war früher ein Rückprojektionsbeamer installiert. Durch unsere Erfahrungswerte in anderen Gebäuden, wo wir schon ein LED-Display verbaut haben von der Firma Optima, haben wir uns dazu entschlossen, auch hier in diesem Aufsichtsratsraum auf diese Technik zurückzugreifen. Durch unsere Zufriedenheit bei dem letzten Projekt haben wir uns wieder auch dazu entschlossen, diesen Ablauf oder dieses Projekt umzusetzen mit der Firma Konferenzraum TV und die Produkte auch wieder von Optima. Die LED-Videowarn der Firma Optima ist bereits die zweite Lösung hier im Hause Badenova, nachdem wir bereits im vergangenen Jahr im Aquarium eine 130 Zoll LED-Videowand installiert haben. Mein Name ist Maik Kohlbecker, ich bin Inhaber der Firma Konferenzraum TV. Der Raumforum hier bei der Badenova in Freiburg verfügt über sehr große Fensterfronten mit einem herrlichen Ausblick auf den Schwarzwald. Die Vergangenheit war so, dass ständig abgedunkelt werden musste bei Projektionen, was wir jetzt natürlich durch die Lösung mit der LED-Videowand nicht mehr müssen. Unser Auftrag bestand darin, neben dem Austausch und der Modernisierung der gesamten Medientechnik auch eine neue Anzeigelösung zu finden. Neben der Qualität spielt natürlich auch die Wirtschaftlichkeit bei solchen Lösungen immer eine große Rolle. Aus diesem Grund haben wir uns wie bereits in einem anderen Raum hier auf dem Campus für die Firma Optima entschieden. Die LED-Videowand wurde in drei Teilen geliefert und war innerhalb weniger Stunden installiert. Der FADQ 163 wird volloptimiert, vorkalibriert und in drei Teilen geliefert. Somit ist das Display sofort einsatzbereit. Mein Name ist Ashraf Rahimi, ich bin Produktmarketingmanager bei Optima Deutschland GmbH. Der FADQ 163 ist ein volloptimiertes, 163 Zoll All-in-One-Quad-LED-Display. Durch sein 4-in-1-LED-SMD-Layout bietet er eine glattere Bildschirmoberfläche, einen breiteren Betrachtungswinkel und eine robustere Bauweise. Wir sind alle sehr zufrieden mit der Ausstattung hier in dem Aufsichtsratsraum. Durch das, dass wir auch jetzt nicht mehr komplett abdunkeln müssen, sondern auch bei sehr starker Außenhelligkeit trotzdem ein wunderschönes Bild haben. Deswegen würden wir wahrscheinlich immer wieder darauf zurückgreifen auf diese Technik. Wir haben nach den ersten Veranstaltungen des Kunden ein durchweg positives Feedback erhalten, nicht zuletzt durch die Full-HD-Auflösung und eben die Möglichkeit auch bei Tageslicht optimal helle Bilder zu präsentieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020